Hallo, ich bin Melina. Ich nehme euch mit in meinem Alltag bei Team als Auszubildende Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung. Als erstes begrüßt mich Marion am Empfang. Dann gehe ich hoch in mein Büro. Ich sitze zusammen mit sieben weiteren Kollegen aus der Logistikabteilung. Heute war Laura mal die S. im Büro und nach und nach trudeln die anderen dann auch ein. Dann geht es auch schon an die Arbeit. Ich programmiere im Moment ein Python-Skript für unsere internen Prozesse. Unser Praktikant Jan kommt kurz vorbei und fragt mich nach Hilfe. Wir gehen dann also in sein Büro und ich helfe ihm bei seiner SQL-Aufgabe. Dann ist auch schon Mittagspause. Wir holen uns ein Eis aus der Eistruhe und drehen bei dem guten Wetter eine kleine Runde an der frischen Luft. Nach der Pause habe ich meine wöchentliche Azubi-Routine mit meinem Ausbilder Frank und meinem Betreuer Markus. Hier kläre ich Fragen und zeige meinen Fortschritt. Danach arbeite ich weiter, stoße aber auf ein Problem. Deswegen hilft mir Olaf über Teams weiter. Für meinen morgigen Homeoffice-Tag schnappe ich mir meinen Laptop und fahre auch schon nach Hause. Tschüss!